Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 20 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 500 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.